hallo und willkommen zurück zu the conan exiles so in dieser folge müssten wir jetzt ein bisschen mehr craften und zwar muss ich mir eine spitzhacke holen was brauche ich dafür stein und fünf holzer das ist nicht viel auf dem feste nicht holz steine habe ich schon holz noch so zwei noch na komm nimm wo ist denn die letzte hallo na komm mal ab man hat da so also zeit wo sie spitzer gehen sollte man erste stelle und dann hole ich mich ein bisschen hole ich mir ein bisschen rinde ein solcher stein spitzat dieser mal wieder ich habe sie mal zehn zusammen hoffentlich schaffen wir in dieser folge mal ein level so acht zwei noch noch ja schön kraften uns ein bisschen leder und einschalten schauen wie weit ich mit zwei leder bekomme reparieren eisenbahnen, ah ja brauche ich noch leder und eisenbahnen ja die hälfte, ist auch nicht schlecht more repair so dann gebe ich dich rein und ich gebe euch zurück die haut gebe ich auch rein na denn dann nehme ich wieder unsere eisenspickzacke dann geht es ein bisschen schneller wenigstens so 3 ist schon besser nehmen wir mal die da oben alle na wo bleibt die rinte da haben wir noch einen das geht ja recht zügig damit also keine ausdauer du bist ich bin ich auch ich würde sagen wir machen mal so 50 stück trotzdem ist diese bäume hier na komm drei stück die haben wir noch gleich boah der ist so geizig so alter holt uns ein bisschen fleisch noch du komm noch her na da tut mir leid wow schon bayern da 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 so sind wir ein bisschen gesättigt und dann braten wir uns das wildfleisch jetzt wird noch schleim zurückgemacht so die ich gebe ich rein ich bin leis durch noch lange nicht jetzt mit der kohle aus zwei stunden kann es laufen ok ich denke das ist mal genug nur 20 minuten nur 20 minuten naja es braucht schon wir brauchen das tier zähflüssig schwarte substanz zur versiegelung von holz ok das werde ich dann da drüben brauchen ähm so stecken schlauch wieder aufhören ups ähm wieso befindet der mein schlauch nicht hallo oder zeigt es mir nicht an hm ja lassen wir mal so du bist schon fertig dann nehme ich dich hier noch mit gut fünf stück sollten wir erreichen so holz noch weg geben dann werden wir das nächste lager stürmen da werde ich ein paar pfeile noch machen das heißt 200 steine noch so das reicht du bist wieso oh du bist wieso du bist Und der nächste. Pfiol, das war's. Was ist denn? Danke so. Halt! Bisschen Kohle mitnehmen. Oh, die Ausdauer. Was? Warte, ich nehm noch was mit. Nicht da, glücklich! Blödes Vieh. Boah, die Spitzhack ist ja wieder gleich im Arsch. Oh, ich denke, jetzt kommt davor eine Hygiene, oder? Hier rechts irgendwo. Ah, hier. So. Und die nächste. Da komm, da komm. Nicht so schüchtern. Boah, es sind noch ein paar. Ah. Na komm, na komm. Ruhig zu hin. Da passen hier keine Menschen. Oh, er hat mich schon. Ja, er hat mich schon. Da. Du bist gleich down. Ich hab ein Schuss noch, ne? So, du gehst mit deinem Loot. Da ist die nächste. Ihr seid so schwach. Oh, und die Kiste, und die Kiste. Boah, da ist ja nur Schrott drinnen. Oh! Damit sollte man rechnen, wenn man ein Fremdlager ist, nicht? So, ich soll den Ball Sensen holen. Na, komm. Das Menschenfleisch kann es eigentlich behalten. Ich spinne nicht, ich kann die Balle. Die verschwinden immer so schnell. So, die Neu. Hallo! Oh, das hast du kaputt gemacht. Loot? Schrott? Gib ein Ball Sensen, ja. Boah, komm. Das ist Deko. Ein bisschen angreifen. Ja, mit dem bist du da. Der Ball Schütze. So, gib sie noch eine Truhe. Oh, Pfeile, danke schön. Oh, den habe ich in der Mitte der Zeit mit dem Pfeil. So, das sind jetzt die beiden, die letzten, oder? Sieht so aus. Was soll ich jetzt ein? So, das war's gleich. Wo, 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 wo. Immer durchbleiben, immer durchbleiben. Sack du. So, das ist ein paar auf dem Popo. Du auch gleich. Oh, die Linkse, merkst du dich? Kann ich dich reparieren? Habe ich alles auch? Ja, habe ich. So, jetzt haben wir das Menschenfleisch wieder weg. Das brauchen wir nicht. Die Knochen brauche ich auch nicht. Ja, na, das behalte ich mal. Beißer ist nichts. Sehr schön. Nein, wo kommen die denn her? Bleib dann eben. Ja, der meins. Halt, bleib dann eben. Wo ist er denn? Da hat irgendjemand aufgezogen, oder? Oh, ich dachte, das ist ein Pfeil im Bonschitz. So, und Nummer zwei. Na, wer wird denn? So. Böses Mädchen. Böses Mädchen. Böse Junge. Böse Junge. Hey, ich habe keine Schuhe an. Oh. Reparieren. 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 Und ich auch gleich. Und ich habe kein Tierhaut mehr. Okay. So, schon besser. So, nochmal kurz durchschauen, ob ich, wie ich alles mitgenommen habe. So, ja. Das war's mit dem Lager. Sind noch ein paar Wachen irgendwo hier unten, oder so? Warte mal, ist das... Ein Höhlen... Ein Höhleneingang! Geh weg! Oh, was wäre ein Flasch da? So, weg damit. Wo genau befinde ich mich hier? Hier... Also, nur durch den kleinen Wald durch, und dann nach links. Nur, das werden wir als nächstes machen. Oh, das sind wieder ein paar zurück. Ich gehe lieber hier lang. Ist es hoch? Ja, fast nicht. Dann... Spring! Spring! Können wir jetzt schon einen kleinen Blick riskieren? Was haben wir denn hier? Schwefel! Brauche ich jetzt nicht. Zumindest weiß ich, wo es in der Idee was gibt. Oh, hallo, hallo. Da ist ein Krokodil. Eins nur? Eins geht. Oh, da ist noch eins. Moment, Moment. Ich muss mir schossen, die Idee. Boah! Ich hab's besiegt. Aber, das ist ein bisschen zu stark noch. Okay, also wissen wir jetzt, was es hier in der Nähe noch zum Entdecken gibt. Hier innen. Da kommen wir auch. Ein paar IP-Punkte kannst du mir schon geben. No, weg, 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 weg. Nein! Wo ist er? Ah, hier. So. Achso, ich brauche noch Tierhaut. Ja, Gott sei Dank bekam ich noch ein Stück. So. Reparieren. Home, sweet home. Oh, was kann ich jetzt herstellen? Heißen Verstärkung und Stahlverstärkung. Stahlbahn, wie bekomme ich eine Stahlbahn? Ja, stimmt. Ja. Man weiß ja nicht, wie was das braucht. So, das läuft noch. Das läuft. Dann gehen wir dich rein. Dich, dich und dich. Braten wir uns ein bisschen Fleisch. So. Dich gehen wir da rein. Okay, kein Platz raus mit dir. Brauche ich noch genug Holz? Ja, gehen wir ein bisschen rein. Na komm. Warten wir, bis es 23 ist. Juss. Ich kann hier auch noch ein Stück reingeben. Ah, nein. 65 geht nur. Machen wir so. So, dich kann ich eigentlich schon rausnehmen. Und, äh, das Holz geht hier rein. Ach so, ja, wir haben ja kein Holz mehr, Trottel. Geh richtig, die hier rein. Dich, dich. Im Ass kann ich nur hier reingeben. Und die Essenzen gehen wir hier rein. Und alles herstellen. So. Dich werfe ich dann weg. Die Tierhaut gebe ich noch zur Gerberei. Das war's. Was? 68 Leder. Gehen wir hier rein. Dann noch 30 Eisen. Und ich kann mir eine Rüstung erstellen. Oh, ich hab noch gar nicht die anderen hergestellt. Okay. Wollen wir noch 30 Eisen dann? Haben wir ja genug. So. Das und das. Dankeschön. Die gebe ich aber hier rein, als Reserve. Ja. 45 Rüstung. Das läuft, das läuft. So, wie sieht's hier aus? Hm. Schmeißen wir noch den Samen weg. Also, ein bisschen Eisen brauche ich noch zur Reparatur. Ja. Gehen wir mit dem Tich rein rein. Dich und dich. So. Also, brauche ich die Art. Reparieren wir dich. 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 Und für dich brauche ich Holz. So, wieder zurück rein. Und dann reparieren wir noch Dich. Tierhaut erforderlich. Mua. So. Also, ich brauche eigentlich nur Tierhaut dafür, nicht Holz. Okay. So, hier stehen noch ein paar Feen her. Damit wir da auch wieder genug haben. 70 Stücke. Oh, das ist ja mehr ist genug. Und wir hatten ein Level Up. Vier Punkte in... Hm. Ich würde sagen, noch mehr hier rein. Damit wir hier mal 10 Punkte haben. Vier Punkte verteilen. Dann könnt ihr eigentlich die Hose machen. Für dich brauche ich auch Fitment. Okay, er ist im nächsten Level. 20 Leder. Fuck. Shit, 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 shit. Ich tue mal was trinken, bevor ich verdurste. Wieso kann ich meinen Wasserschlauch nicht mehr befüllen? Soll ich einen neuen herstellen? 20 Leder und 10 Feen. So, dann gehe ich dich wieder zurück rein. Und ich gehe auch gleich rein. Hm. Komisch. Ist aber nicht gut, wenn ich auf Expedition gehe. Und ich habe keinen Wasserschlauch dabei. Hm, hm. Naja. So sehen wir uns noch dieses Lager da hinten an. Das wird mich noch interessieren. Und in der nächsten Folge, denke ich, werden wir uns dann nach Westen begeben. Da gab es meines Wissens auch noch ein bisschen größeres Lager. Na toll. Ich sehe wieder überhaupt nichts. Und keine Ausdauer. Toll. Und den Krokodil. Ach, hab. Ich sollte das mit dem Sprinten eigentlich sein lassen. Zumindest mit dem langen Sprinten. Und wenn es beim Viertel angekommen ist, nichts aufhören. So. Achso, hier muss ich ja drauf. Was ist das? Achso. Immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben, Junge. So. Hoffentlich haben die ein bisschen einen besseren Loot. Oh, weiß ich. So eine Rüstung oder so. Ein Schwert. Oh, ein Schwertwirt. Das würde mir gefallen. Was? Was ist? Oh, der hat voll folgt mich. Blöder Sack. So, her mit eurem Tier halten. Oh, hier kann man auch runter und drauf. Okay. Halt. Schon wieder zu viel Lauf da verbraucht. Okay, das ist ein kleines Lager. Die dürften wir schaffen. Oh, der hat mir viel abgezogen. Das ging ja nochmal gut. Wo ist er denn? Oh, Gott sei Dank hat er nicht mehr viel leben. Oh, der Axt könnte sich auch mal das hier an der Reise weg. So. Ein bisschen gucken. So, hier ist niemand. Hat denn die was? Nein. Da steht nur einer. Oder? Soll ich es noch einen? Anscheinend nicht. Okay, der Typ, der in der Luft schwimmt. Was ist? Oh, das sind Giste. Erfolgt diesen Typ Bluten. Toll, der in der Luft schwimmt. Tolle Sache. So, dann die Kiste noch. Also, für den Lut ist es nicht wert, hier irgendwas zu blinden. Oh, das ist noch ein neues Häuschen. Kann ich da rein spinnen? So, geht das, ja? Job! Wen haben wir denn hier? Ein bisschen zu weit eingebaut haben. Aha. Könnte ich auch nicht. Mal schauen, ob die anderen schon weiter sind. Das Häuschen ist noch immer... Hab ich das schon angeschaut? Wer ist denn das? Kiwi? Okay, da habe ich noch einen Schaut, oder? Ah ja, hier ist mein Haus, genau. Und dann sind wir es hier so runter. Ja, also die sind noch immer... Oh, ziemlich gleich weit. Da ist auch noch gleich das Häuschen. Ich sollte hier vielleicht noch sowas wie eine Brücke bauen. Das Schwimmen ist immer so zäh. Ja. Ich sage mal, gibt es da einen neuen Knopf, oder? Äh, äh, use. Nein, funktioniert nicht. Hm. Wir nehmen da jetzt 100 Stück raus. Und geben da 100 Stück rein. Und durch diese. Und einschalten. So. Habe ich noch genug Fleisch? Boah, mehr ist genug. Mehr ist genug. Und ausschalten muss ich auch immer wieder. Dann kann ich das Fleisch eigentlich entsorgen. Weg, 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 weg. So. Das gehen wir hier rein. Das gehen wir hier rein. Und das gehen wir hier rein. Ah, die Knochen muss auch immer hier reingehen. So, zu. Haben wir schon genug Leder? Ja, das wird übertragen. Hübscher Kerl, ein hübscher Kerl. Warten wir noch, bis das fertiggestellt ist. So. Ich habe mir gedacht, dass wir so hier hingehen. Hier gibt es nämlich noch Ruinen. Und da es ja der Anfangsgebiet ist, dürften wir eigentlich die hier, ja, schon schaffen. Denke ich mal. Hoffe ich. Ist eigentlich gar nicht so weit. Okay. Ja, ist doch nur ein Stück. Ja, ich denke, da werden wir in der nächsten Folge dann hingehen. So. Jawohl, ich beende hier die Aufnahme mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen wieder. Lasst mir doch wieder einen Kommentar oder ein Like da. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.